moin herzlich willkommen zurück hier zur samstag vormittagsaufgabe let's play ls 17 wir sind dabei und sammeln machen einen cosplay kurs um vom feld 11 also gras feld 11 ballen hier hin zu bringen und ich versuche den kurs so einzufahren dass die beiden kurse die ich hierfür habe sich möglichst nicht begegnen also die werden sich natürlich begegnen aber zum glück nur kurz nur ganz kurz und dann habe ich nämlich den vorteil dass ich dann im prinzip noch so ein gespann hier starten kann ich bin übrigens irgendwie mit den tagen jetzt mal wieder völlig durcheinander gekommen aber es ist wie es ist und das ist jetzt im prinzip hier gleich die stelle wo die sich mal ganz kurz begegnen die kurse aber das habe ich das sollte ich im griff haben so pause punkt stop gras 11 ballen schafe so dann wollen wir schauen moment brauche ich ihn ja noch nicht jetzt muss ich ja erstmal ballen sammeln sehr klar so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Und jetzt sollte das dann gleich hoffentlich ratzfatz gehen. Hier die Ballen zu sammeln. Ich weiß gar nicht, kann ich da durchfahren? Probier's jetzt einfach mal. Ja, ich kann da durchfahren. So, der andere hat den Wartepunkt erreicht. Das ist sehr schön. Dann kann ich hier noch eben schnell die paar Ballen aufsammeln, die ich noch brauche. Dann kann ich den nämlich auf die Reise schicken. Dann kann ich den Wartepunkt machen. 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 So, ich kann den Wartepunkt machen. Na, wo fährst du denn los? Ja, da bin ich nicht zufrieden. Dann fahrrad lassen. Dann fahrrad lassen. So, können wir ihn da einstellen? Da habe ich doch keinen Wartepunkt gesetzt, oder? Na ja, egal. Ja, die fahren jetzt fleißig hier schön im Kreis. Jetzt nur mal gucken. Das interessiert mich noch eben, ob der da vorne die Brücke kriegt. Das ist ja immer so ein Problempunkt. Doch, krieg doch. Na los, der andere müsste gleich da sein bei den Schafen. Da ist er. Dann fahrrad lassen. Dann fahrrad lassen. Und der ist jetzt hier oben. Dann kann ich da den Abfahrer entlassen. Ich kann hier direkt weiter Ballen sammeln. Oh. Ups. Ja, irgendwie. So, jetzt. Mann. Einfach direkt die Lenkung heute. Leute, zwölf Uhr heute. Ist doch Samstag heute, ne? Ich komme hier immer durcheinander. Gibt es eine extra Ausgabe. Nein, nicht eine extra Ausgabe. Eine neue Ausgabe. Let's fly x-plane elf. Mich freuen, wenn ihr einschaltet und zuguckt. village. Okay... Ich gehe ihn. Nein, nicht ein letztes. Lie veel cozies. Butter die Comedy. Jäuze. Tumb Men, die kommen jetzt! Oh mein Gott. Jetzt ist doch ein bisschen besser. So. Oops. So, vier Stück passen noch. Ja, so. So, wir nähern uns dem Ende. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Kommentar, jeden Like und jedes Abo. Und kommt mich auf Facebook besuchen, schaut gerne auch auf meiner Homepage vorbei, kommt zu meinem neuen Projekt Let's Fly X-Plane 11. 12 Uhr gibt es eine neue Ausgabe davon und 14 Uhr gibt es natürlich noch wieder eine Let's Play LS17 und heute Abend gibt es auch noch einen Livestream. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich von euch und sage Tschau.